Ich freue mich, auf der Bühne unseren Tizian zu begrüßen. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Tizian, komme aus München, bin 17 Jahre alt und mein Hobby ist klassische Musik. Und bin hier ins Pädagone gekommen, wegen den netten Menschen und dem tollen Strand. Wenn ich Stress in der Schule hatte, habe ich mich ans Klavier gesetzt und bin runtergekommen, wenn ich ein bisschen gespielt habe, das entspannt einfach. Ich bin Tizian, ich bin Tizian, ich bin Tizian, ich bin Tizian.